Zurück aus dem Trainingslager. Sind Sie zufrieden mit dem Erlauf des Trainingslagers? Also Urlaub ist schon frech, weil wir haben sehr, sehr hart gearbeitet. Es ist natürlich so, dass wir sehr lange in der Sonne waren, weil wir viel gearbeitet haben. Das sieht man ja dann auch an den Gesichtern von den Spielern. Ich bin absolut zufrieden. Es war ein verlungenes Trainingslager, aber all das spielt keine Rolle. Sondern wichtig ist, dass wir beim Punktspielstart natürlich dann auf der Höhe sind. Sie haben in dem einen Test hier den Herrn Hammel ganz durchspielen lassen. Zum Test hat er sich präsentieren können als der Torwart? Es ist ja so, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass wir Timo Hammel die Möglichkeit geben, dass er sich im Mannschaftstraining fit hält. Und da wir ja sowieso einen Torwart noch suchen, wollen wir natürlich da genauer drauf schauen. Aber im momentanen Stand der Dinge ist es so, dass wir nicht diesen Druck haben, jetzt unbedingt einen Torwart zu verpflichten. Weil wenn wir diese Verpflichtung tätigen, wollen wir schon genau hinschauen und auch jemanden holen, wo wir absolut überzeugt sind. Im Moment ist es noch nicht so. Also wird morgen dann Sven wieder da? Morgen wird Sven im Tag stehen. Andere Personale, die im Urlaub ja aufgefallen ist, ist Rosin mit seinem gebrochenen Nasenbein. Wie weit wirft Ihnen das jetzt zurück zum Kampf um die Plätze? Ja, ihn persönlich wirft es natürlich schon sehr weit zurück. Weil es ist ja auch so, dass wir auf diesen Positionen sehr gut besetzt sind. Und dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir einen gewissen Stamm auf den Platz schicken. Und bei Daniel ist es natürlich ärgerlich, weil er hat schon eine sehr gute Trainingsleistung absolviert. Aber der Konkurrenzkampf ist groß und wenn natürlich sowas passiert, dann kann er ja nichts dafür. Du musst halt weiterhin so arbeiten wie vorher. Und die Aufstellung morgen wurde immer ein bisschen spekuliert, soll ja Hinweise vielleicht auf die Startaufstellungen dann für die Saison geben. Können wir das so ein bisschen für bare Münze nehmen? Oder sind Sie noch in der Suche? Nein, nein. Es ist immer gefährlich sowas zu sagen und auch solche Aussagen zu tätigen. Weil ich habe das jetzt schon so oft erlebt, wenn man sich auf irgendwas wirklich festlegt und dann gibt es dann das letzte Testspiel nochmal und dann passieren andere Dinge, wo man nicht beeinflussen kann. Oder Spieler, die im zweiten Klick zu dem Zeitpunkt waren, haben beim letzten Testspiel nochmal überzeugt. Und dann kann das eine Entscheidung sein, die auch innerhalb von zwei Tagen wieder revidiert wird. Deshalb ist es so, wir versuchen so zu arbeiten, dass wir 20 Spiele haben, die jederzeit spielen können. Wer dann von Anfang an spielt, muss natürlich auch beweisen, dass er zu Recht in der Anfangsformation ist und den Platz so kämpft, dass er nicht mehr hergibt. Zum ersten Pflichtspiel, die ich hier im Testspiel war, war das quasi wie ein Wunschgegner, dass es ein Aufbaugegner ist? Oder hatten Sie gehofft, dass da vielleicht ein anderes Kaliber noch kommt? Wunschgegner, Aufbaugegner, das sind alles so Dinge, die ich ein bisschen respektlos sehe. Weil ich glaube einfach, dass wir da schon sehr gut beraten sind, dass wir respektvoll auch mit den Gegnern umgehen, von der Erwartungshaltung. Ich denke mal, dass kein Spiel am ersten Spieltag ein einfaches Spiel ist. Es ist eine neue Saison. Jede Liga hat ihre eigenen Gesetze. Und wir versuchen natürlich auch in der Situation, wo wir momentan sind, egal gegen wen, in unseren Rhythmus zu kommen. Und da ist jedes Spiel nicht einfach. Ich danke und wir freuen uns auf die Saison. Dankeschön.